Ja moin liebe Studis, heute gibt es auch noch mal ein tolles Gericht von unserem neuen Speiseplan. Moment, einmal Kohl. Jetzt könnt ihr mal sehen, was man mit einer Menge Bohnen und Wurst oder einem geräucherten Tofu alles Leckeres machen kann. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.